Es ist mal wieder Mittwoch und zwar der 1. Mai. Vielerorts Aufgang der Bockjagd und Zeit für eine neue Ausgabe der DOZ News. Herzlich willkommen! Florian Asche als Jägerpräsident bestätigt. Auf der 34. Landesdelegiertenkonferenz des Landesjagdverbandes Mecklenburg-Vorpommern in Rostock wurde Dr. Florian Asche wie erwartet als Jägerpräsident bestätigt. Verbandsinterne Untiefen, die sich in einem Abwahlantrag in Richtung des Vizepräsidenten Martin Roche und des vormaligen Pressesprechers Markus Breitling äußerten, sorgten für kontroverse und konstruktive Diskussionen, wie sich der Verband in einer Mitteilung zur Veranstaltung äußerte. Durch eine emotionale Ansprache an die Delegierten habe Martin Roche erneut das Vertrauen der Mitglieder erhalten. Auf den bereits im Vorfeld der Versammlung zurückgetretenen Markus Breitling folgt Jan Grundmann, der ohne Gegenkandidaten antrat und von Delegierten mit großer Mehrheit gewählt wurde. Sowohl Dr. Florian Asche als auch der ebenfalls kooptierte Vizepräsident Jan Pagels wurden dem Verband zufolge mit überwältigender Mehrheit vom Plenum bestätigt. Die schwierigen Fahrwasser und die harten Kämpfe rund um das Landesjagdgesetz haben bei uns und auch bei vielen unserer Mitglieder Spuren hinterlassen, so Dr. Florian Asche. Die deutlichen Mehrheiten, mit denen die Wahlen heute abgeschlossen worden seien, würden den Rückhalt zeigen, den das Präsidium im Verband habe. Dackelwelpe bei eisiger Kälte ausgesetzt Die Polizei Gera ermittelt im Fall einer Straftate, die in Sachen Kaltherzigkeit wohl kaum zu toppen ist. Vor einem Seniorenheim in der Gera Bruno Brausestraße wurde am Sonntagabend ein Dackelwelpe ausgesetzt. Der Kleine musste mehrere Stunden bei Temperaturen um den Gefrierpunkt an einem Fahrradständer ausharren, bevor ihn die Besatzung eines Rettungsfahrzeuges fand und vor dem Erfrieren rettete. Die Polizei geht davon aus, dass der Welpe zwischen Sonntagabend 21.30 Uhr und Montagfrüh 1 Uhr ausgesetzt wurde. Da es sich hierbei nicht nur um ein moralisch höchst verwerfliches Vorgehen, sondern zeitgleich um eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz handelte, hat die Gera Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise, die helfen den oder die bisherigen Halter des Tieres zu ermitteln, sollen sich bitte an die Polizei wenden. Grünes Licht für die revierübergreifende Nachsuche. Nachdem die Anerkennung von Nachsuchengespannen in Bayern zum Jahresende 2023 neu geregelt wurde, erhalten die Nachsuchenführer in den kommenden Tagen ihre behördliche Anerkennung zugeschickt. Ich freue mich sehr, dass sich gut 160 Nachsuchenführer über ganz Bayern in den Dienst der Jägerschaft und des Tierschutzes stellen. Mit der behördlichen Anerkennung besteht für diese Profis nun Rechtssicherheit bei der revierübergreifenden Nachsuche. So Bayerns Jagdminister Hubert Aiwanger. Zwar können anerkannte Nachsuchengespanne jetzt über ihre Jagdreviergrenzen hinweg ihre Arbeit fortsetzen, dennoch appelliert Aiwanger auch weiterhin freiwillige Nachsuchungsvereinbarungen mit den Jagdnachbarn abzuschließen. Denn auch wenn ein anerkanntes Nachsuchengespanne einmal nicht verfügbar sein sollte, sei für eine zeit- und fachgerechte Nachsuche mit einem brauchbaren Jagdhund zu sorgen. Um zu gewährleisten, dass die Jägerschaft die Nachsuchenspezialisten unkompliziert beauftragen könne, wird das Ministerium in den nächsten Tagen eine Liste aller anerkannten Nachsuchengespanne auf der Webseite zur Verfügung stellen. Die neue Ausgabe der Deutschen Jagdzeitung liegt jetzt im Handel. Sie können sie aber auch portofrei im Parashop bestellen. Unter anderem mit spannenden Artikeln zu den Themen Schwarzes Rehwild, Erfolgsgarantien zum 1. Mai, der Saujagd im Feld, neuen Erkenntnissen zum Kitzverlust, der störungsarm Nachtpirsch auf Sauen, einem praktischen mobilen Kärcher sowie einem Praxistest zum realen Geschossfall. Schlagen Sie zu. In diesem Sinne Weidmannsheil für heute und die kommenden Tage. Ich hoffe, Ihnen kommen starke Böcke und davon reichlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017